Ich habe hier eine klassische Extremwertaufgabe. In dieses Dreieck soll ein Rechteck einbeschrieben werden. Irgendwie so, das möglichst groß ist. Das heißt, um das zu veranschaulichen, mache ich es hier nochmal. Also es geht darum, dass ich dieses Rechteck, das kann ich zum Beispiel auch so zeichnen oder so. Das ist das Spiel, das sind die Spielregeln. Ich kann es irgendwie so zeichnen. Und wenn ich es hier immer breiter werden lasse, dann wird die Fläche auch immer kleiner. Und wenn ich hier hingehe, dann wird die Fläche auch immer kleiner. Also irgendwo ist die Fläche maximal. Und den Punkt möchte ich wissen, für welches Rechteck ist die Fläche maximal. Und das Spiel geht so, dass ich mir das jetzt als Funktion vorstelle. Ich mache eine x-Achse, eine y-Achse und dann habe ich an der Stelle ein y ist mx plus t. Also es soll, diese schräge Linie soll zu einer Geraden werden. Eine Geradengleichung. Und was ich jetzt brauche, ist mein t. Ja, aber ich habe hier 2. Also deswegen weiß ich t gleich 2. Und dann brauche ich noch mein m. Ich habe hier 2 Meter, hier 6 Meter und damit, also mein m Doppelpunkt, so ein Dreieck. Ja, hier 2, hier 6. Das heißt, m ist 2 durch 6 und ein Minus, weil es fällt, weil es bergab geht. Und das ist minus ein Drittel und damit habe ich die Geradengleichung. y gleich minus ein Drittel x plus 2. Gut. Aber eigentlich will ich überhaupt keine Geradengleichung. Also was ich eigentlich will, ist ja die Fläche. Und die Fläche von diesem Dings hier. Das hat, ich kenne die Seite nicht. Wenn ich es nicht kenne, nenne ich es x. Dummerweise kenne ich die Seite auch nicht. Deswegen nenne ich die y. Und sagt dann, die Fläche, die gesucht ist, ist eine Fläche in Abhängigkeit von x und y. Die ist x mal y. Diese Funktion ist meine Zielfunktion. Wenn nicht die Fläche maximal werden soll, brauche ich eine Flächenfunktion. Wenn irgendwelche Kosten minimal werden sollen, eine Kostenfunktion. Und dann habe ich aber Gott sei Dank hier noch eine Nebenbedingung, weil mit zwei Buchstaben bin ich überfordert. Und diese Nebenbedingung, ich kann jetzt das in eine Klammer setzen und bei y einsetzen. Diese Nebenbedingung ist meistens nicht umsonst da. Und dann habe ich a ist gleich x mal, rote Klammer, so. Und an der Stelle minus ein Drittel x plus 2. Und jetzt nur noch ein a von x. Jetzt ist es schön. Ich kann es ausmultiplizieren. Dann habe ich minus ein Drittel x Quadrat plus 2x. Schön. Das ist eine Parabel. Ich habe hier ein Quadrat, deswegen Parabel. Und ich habe hier ein Minus, deswegen eine nach unten geöffnete Parabel. Also irgendwas sowas. Und ich möchte ja, dass das maximal werden soll. Maximal. Wo ist es maximal? Und es ist genau dort maximal, wo ich den Scheitel habe. Also wenn ich irgend so ein Ding habe, bei welchem x maximal? Hier. Bei dem Scheitel x. Und den Scheitel bekomme ich xs gleich minus b durch 2a. Das ist eine fertige Formel. Oder quadratische ergänzen. Oder ableiten. Ich habe b ist, machen wir es ausführlich hier, a gleich minus ein Drittel. b gleich 2c ist nicht da. Ist 0. Brauche ich nicht. Dann habe ich minus b. 2 durch 2 mal minus ein Drittel ist gleich. Die Minusse fallen weg. Minus, Minus fällt weg. 2 kürzt sich auch weg. Doppelbruch 3 kommt nach oben. Dann habe ich 3. Das ist mein Scheitel. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, der perfekte, kann ich ein bisschen radieren, weil das ist ja gar nicht so perfekt, so. Also die perfekte, das perfekte Rechte geht bis 3. So bekomme ich den größtmöglichen, die größtmögliche Fläche. Habe ich gerade berechnet. Wie groß ist die Fläche, dazu muss ich jetzt noch mein y wissen. Das heißt, ich setze diesen 3er bei hier ein, um dann mein y rauszufinden. Also, brauche ich nicht. Da bin ich. y ist gleich minus ein Drittel mal den 3er plus 2. Also der 3er steckt hier drin. Und dann habe ich 3 mal ein Drittel ist völlig minus 1 plus 2 gleich 1. Und die Fläche A von xy gleich 3 mal 1 gleich 3. Die maximal mögliche Fläche ist 3 Quadratmeter. 3 Flächeninhalten. Ich hätte auch den 3er, so hier, habe ich den sowohl hier als auch hier einsetzen können. Und A von, ne, ein bisschen was radieren, dass wir Platz haben. Und dann wäre auch 3 rausgekommen, A von 3 gleich 3. Das große Ergebnis dieser Aufgabe. Und dann wäre auch das große Ergebnis.